Hi! In diesem Beitrag geht es um die fünfte der sechs Meditationen des Philosophen René Descartes und um dessen ontologischen Gottesbeweis. Um seinen ideologischen Gottesbeweis und alle vorausgegangenen Meditationen geht es in je eigenen Beiträgen, die sind unten verlinkt. Legen wir direkt los. In der fünften Meditation vertieft Descartes seine Untersuchung dessen, was materielle Dinge ihrem Wesen nach sind, mit dem Ziel, sich einen deutlichen Begriff der körperlichen Natur zu machen. Descartes will herausfinden, ob auch Dinge außerhalb seiner selbst als denkendem Ding existieren. Zunächst hält er sich dazu an seine Ideen oder Vorstellungen von solch äußeren Dingen und teilt diese nach ihrer Deutlichkeit ein. Als deutlich vorstellbare Merkmale nennt Descartes die räumliche Ausdehnung aller Teile eines Dinges, sowie deren jeweilige Größe, Gestalt, Position und Bewegung, die mit einer bestimmten Dauer einhergeht. Viel in seiner Ideen, bemerkt Descartes, komme eine wahre Natur zu, ohne dass sie als materielle Dinge existieren. Als Beispiel nennt er die Idee des Dreiecks. Ein Dreieck wird definiert als eine geometrische Form aus den Verbindungsstrecken zwischen drei Punkten, die nicht auf einer Geraden liegen. Die Punkte bilden die Ecken des Dreiecks, deren innere Winkelsumme immer 180 Grad beträgt. Diese definierenden und deutlich einsehbaren Eigenschaften stammen weder von außerhalb des Geistes, noch werden sie vom Geiste selbst bestimmt. Solche Figuren seien demnach, laut Descartes, etwas und nicht ein bloßes Nichts. Daraufhin überträgt Descartes die Gegebenheit offenkundiger Wahrheiten von der abstrakten Mathematik auf die Existenz Gottes. Diese zu beweisen, war ja bereits das Ziel der dritten Meditation. Mehr dazu im Beitrag über den ideologischen Gottesbeweis. Descartes jedenfalls will den Beweis für die Existenz Gottes mit noch einem weiteren Argument festigen. Ähnlich wie die innere Winkelsumme eines Dreiecks eine zeitlose Gewissheit sei, erscheine als dem Geist klar und deutlich gegebene Idee die Vollkommenheit Gottes als der Natur von Gott zugehörig. Und zur Vollkommenheit gehört, wie die dritte Meditation besagte, eben die Existenz Gottes als eingesetzter Fakt. Insofern müsse die Existenz Gottes zumindest in dem gleichen Maße Gewissheit besitzen, »Wie die mathematische Wahrheit, dass ein Dreieck seiner Natur nach immer eine innere Winkelsumme von 180 Grad hat.« Kritik an dieser Einsicht nimmt Descartes direkt selbst vorweg. Die Kritik lautet, dass die Existenz ja vom Wesen Gottes abgesondert und Gott somit als nicht existent gedacht werden könne. In Bezug auf Gott, so Descartes Gegenargument, sei eine Absonderung von Existenz und Wesen jedoch nicht statthaft. Statt einem geometrischen wählt er nunmehr einen begrifflichen Vergleich. Gott ohne Existenz und somit ohne Vollkommenheit zu denken, sei ebenso unmöglich oder widersprüchlich, wie sich einen Berg ohne Tal vorzustellen. Doch muss etwas Gedachtes notwendig eine Entsprechung in der Wirklichkeit haben? So, wie sich ein beflügeltes Pferd denken lässt, ohne dass ein solches existiert, ließe sich doch auch ein existierender Gott denken, ohne dass ein solcher existiere. Zur Erwiderung bemüht Descartes einmal mehr seine Berg-Tal-Metapher. Während Berg und Tal sich zwar nicht getrennt voneinander denken lassen, deswegen aber noch nicht notwendig existieren müssen, Folge aus dem Gedanken von Gott als Existierendem, notwendig auch dessen Existenz, weil die Notwendigkeit des Sachverhaltes selbst, also die Notwendigkeit der Existenz Gottes, mich bestimmt, dies so zu denken. Descartes' Argument für den ontologischen Gottesbeweis lautet wie folgt. Gott ist definiert als das erste und höchste Seinde, das alle Vollkommenheiten innehat. Existenz, das Sein, ist eine Vollkommenheit, ergo ein erstes und oberstes Seindes existiert. Den Grund, weshalb Gott fälschlicherweise meist wie beliebige sinnliche Dinge gedacht werde, den sieht Descartes im Überschüttetsein mit Vorurteilen und dem Verhaftetsein des Denkens in den Bildern sinnlicher Dinge. Stattdessen sei es die Gewissheit der übrigen Dinge, die nunmehr davon abhängen, dass ohne die Erkenntnis Gottes nichts je vollkommen gewusst werden kann. Die menschliche Natur kann sich schlicht und einfach nicht alle einmal erkannten Einsichten und Gründe ständig vergegenwärtigen. Doch solange sich ein Mensch auch nur einer einzigen Erkenntnis erinnere, nämlich der Erkenntnis von der Existenz Gottes, könne ihm diese Erkenntnis die Gewissheit garantieren, dass alles klar und deutlich Erfassbare auch wahr sein muss. Selbst im Traum, schreibt Descartes mit Blick auf die erste Meditation, wäre alles durchaus wahr, wenn es für meinen Verstand evident ist. Nun, damit hat Descartes alle gedanklichen Vorbereitungen getroffen, um zu guter Letzt auch noch die Existenz materieller Dinge zu beweisen. Darum geht es im folgenden Beitrag über die sechste Meditation. Ich sag vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich begrüße mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich schreibe mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.